Und ja, Kieroballisten kann ich nicht zu Heldenballisten umfunktionieren. So, jetzt sollte ich mich langsam mal ein bisschen auf Zerstörer konzentrieren. 600 kostet die Palastwachenverbesserung, dass die Einheiten dann schneller ausgebildet werden. Ach ja, und die beiden Upgrades, einfach weil sie nicht so teuer sind wie normalerweise, sollte ich auch mal machen. Vor allem für Gold. Was ich eigentlich eher machen sollte, ist, wenn ich genug Nahrung habe, mal meine Waffen verbessern. Und zwar jetzt. So, da kommt nämlich schon wieder ein gegnerischer Angriff. Ja, Prometor-Diener sind Uranus-Truppen. Keine Kronos-Truppen. Und ich muss halt auch gucken, dass ich für die beiden Dorfzentren nachher dann die Ressourcen zur Verfügung habe. Jetzt kann ich mal ein paar Zerstörer raushauen. So, die Prometor hier. Ihr könnt ruhig gegen die Prometor kämpfen, ihr seid Helden, Dorfbewohner. Und bitte noch mehr. So, dann wagen wir mal einfach den Angriff. Machen hier einen Verräter. Und wagen wir erstmal ihren Tempel, dass sie keine Prometor mehr ausbinden können. Und jetzt erstmal ihren Sonnenturm hier wegmachen. So. Der ist weg, der nervt jetzt schon mal nicht mehr. Dann können wir jetzt das Dorfzentrum einreißen. Oh, der nächste Sonnenturm da oben. Na ja, die Hauptprobleme machen die Sonnentürme. Alles andere können wir mehr oder weniger ignorieren. So, noch fünf davon. Ein paar A-Kusse. Und ich könnte einfach theoretisch doch mal einen Marktplatz bauen. Dann macht ihr mal den Tempel hier weg. So. Euch zu Helden, euch zu Helden. Und ich habe keine Gunst mehr, noch mehr Helden auszubilden. Dann schicke ich euch mal hier hin. Und hier ist echt ein Argus hinter den anderen Truppen her. Ein Einzelner. So, für euch bleibt halt nur noch das Gold da draußen übrig. Mache ich mal zwei neue Dorfbewohner, die für mich dann das Dorfzentrum aufbauen. So, Amanra. Ihr könnt mal da drüben mithelfen. Jetzt ist alles wieder auf Helden getrimmt. Wie viel Mobillos habe ich denn noch? Nur ein? Scheibenbar. Ähm. Achso, das war's. Du. Ja. Auch nicht so schlimm. Bitte das Dorfzentrum besitzen. Dann könntet ihr theoretisch darum die Bärenbüsche abfarmen. Prost. Skopos. Burek. Mache. Herr Jost. Und weil wir genug Holz haben, mehr Sichtweite. Oh, achso. Nee, Goldabbau verbessern müssen wir jetzt erstmal nicht. Erstmal will ich dich verbessern, dass ich wieder einen Heldenfarmer habe. Und eigentlich wäre das Intelligenteste, was wir machen könnten. Jetzt, da wir auch Ruhe haben. Die beiden Herrenhäuser können wir ignorieren. Da kommen keine neuen Einheiten raus. Burek. Ich los. So, noch ein Murmelo. Für den brauchen wir mehr Gunst und mehr Nahrung jetzt. Ich habe ja eigentlich schon vier Nahrungssammler. Yuzi. Burek. Ich los. Aber wenigstens habe ich jetzt einigermaßen meine Ruhe vor der gegnerischen Armee. Also vom Gegner. Weil jetzt ist nur noch der Prometheus-Titan hier übrig. Das heißt, ich werde jetzt mal auf jeden Fall die Ressourcen nutzen. Blödsinn, ich brauche gar nicht hier unten ausbilden. Ich habe doch hier oben ein Dorfzentrum. Burek. Hm. Warum kann ich das nicht? Burek. Ein weiteres Gebiet wurde wieder hergestellt. Jaja scheint erfreut. Die Sonne scheint zu gestern. Yuzi. Yuzi. Ich kann dich nicht mehr abquälen. Warum kann ich dich nicht abquälen? Kann ich nur eine bestimmte Anzahl von Dorfbewohnern zu Helden machen? Das wäre jetzt etwas blöd. Falsche Richtung. Na gut, dann eben noch mehr Momillos. Und der Titan verlässt gerade das Dorfzentrum. Also bewegen wir uns schon mal dorthin. Ja, Prometa-Sitzung liegt nicht so stark. So. So, ihr errichtet mir hier hoffentlich schnell das Dorfzentrum. Ich habe noch zweimal Verräter. Benutzen wir erst noch mal den Zauber hier. Oh ne, nächstes Zeitalter retiert sich. Nicht so wirklich. Okay, er marschiert weiter. Das ist sehr gut. Oh, frische Momillos. So, und gleich zum nächsten Dorfzentrum weiter. Du auch. Weil er ist schon... ...bei dem da unten. Noch eine Siedlung und ich reiß' dem Titanen den Kopf ab. Ja, er will ständig irgendwen den Kopf abreißen. Ajax. Ja, er bewegt sich zur letzten Siedlung. Dann wird's... ...gefährlich. ... So. ... Das heißt, wir... ...halten unsere Armee... ...bei dem Dorfzentrum. bilden noch mehr Akusse aus schicken die zu unserer Hauptarmee gleich ist der Titan geschwächt genug dass wir ihn besiegen können so und ja ihr könnt hier helfen dem Dorfzentrum das Ding einzureißen komm jawoll vierte Siedlung jetzt hat er nur 4000 Lebenspunkte zerstören sie den Titan ja liebend gerne also ja er hält immer noch verdammt viel aus und teilt auch aus aber er steckt auch ein wir haben es geschafft der Titan ist tot ja sehr gut sehr gut Kronos Lakai ist jedoch noch auf freiem Fuß und die Armeen der Atlanta hören auf seinen Befehl wo ist er? die Kolonie der Atlanta ja ihr müsst ihn vernichten um dies zu beenden ein Kinderspiel nach dem Kampf gegen die Titan Kastor nur ihr könnt ihn aufhalten mein Sohn aber nein nicht mehr jetzt sondern erst bei der nächsten Aufnahmesession wir haben nämlich eh nicht mehr viel nur noch zwei Missionen und die hebe ich mir für die letzte Aufnahmesession auf also Resümee wir haben Mission 8 Cerberus abgeschlossen Königin Armandra kehrt nach Ägypten zurück um das Land wieder herzustellen wie was mich gerade interessiert nein liegt nicht ganz beisammen genauso wie Odins Turm und Raserei Raserei ist etwas weiter anders Kastor und Ajax machen sich auf zu den Nordländern um einen Turm den Titanen zu stoppen ja und sie hatten auch Armandra dabei also irgendwas ist mit dem Text hier nicht ganz richtig weil sowohl Armandra äh weil sie alle drei an beiden Orten waren nacheinander also nicht gleichzeitig dann haben wir Mission 10 geschafft Wiedergutmachung die Helden kehren nach Sykios zurück um die griechische Landschaft zu heilen haben wir auch gemacht also kommt jetzt die nächste Mission Verrat an Atlantis aber das sehen wir dann in der nächsten Aufnahmesession also bis dann